Ein kurzer Video kommt heute aus der Autosport-Sprecherkabine mit Markus Teil. Markus, ersten Satz haben wir uns angeschaut hier vom Team gegen Monaco. Starkes Match, oder? Ja, ein Riesen-Match. Ich bin begeistert. Der Team, der rockt hier Kitzbühel. Wir sind sowas von drauf. Die Jungs auch hier, die tragen ihn durch jede Schwächephase. Und der Dominik verkauft sich klasse. Jetzt hat er eine lange Pause, weil Fritz mit der Ecke unten, schau mal. Er spritzt hier mal wieder den Platz. Aber eine Wahnsinns-Atmosphäre. Und ich muss sagen, du machst dich nicht schlecht. Jetzt nehme ich dich mal auf. Komm, dreh mal. Markus, ich wollte dir noch fragen, du bist ja seit vielen Jahren hier auch verfolgt, das Tourier auch in Kitzbühel. So eine Stimmung schon mal erlebt hier? Nee. Also als Thomas Musste mal gewonnen hat, da war ich nicht da, muss ich sagen. Da war es wahrscheinlich ähnlich. Aber seitdem glaube ich nicht, dass es jemals so war. Sagen auch alle, die schon noch viel öfter als ich hier war in Kitzbühel. Aber aus deinem Wunde bist du zufrieden mit deinem Kompromittator? Ja. Also die Babsichette macht es gut und du bist auch nicht schlecht. Markus, vielen Dank. Hier geht es weiter.